Guck mal Oskar, die Kamera sieht dich. So, wir gehen mal gucken, was hier so passiert. Ja. Oh, das ist gut. Es ist gut geworden, oder? Ja, ein bisschen barzig ist es, aber ich glaube, das passt. Ein bisschen flach ist es geworden. Ja. Liegt wahrscheinlich daran, weil es halt ein großer Bräter war. Ja, der war vielleicht doch. Ich habe gedacht, das geht noch weiter auch. Aber es sieht gut aus. Schön. Ja, ich habe gedacht, das könnten wir zu unserer Linsensuppe essen. Oh, geil, ja. Und dann hat sie Smoothies gemacht mit Himbeeren, Orange, Banane, Apfel. Nee, Himbeer, Baranen. Banane? Himbeer, Banane, Orange. Und ja, heute gibt es nur Dosenfraß und zwar Linsensuppe mit ein bisschen Essig wahrscheinlich. Ja, deswegen gibt es den gesunden Smoothie dazu. Ja, genau, das passt dann. Eigentlich wollten wir Gemüse mit Fisch dünsten, aber dazu sind wir jetzt gerade nicht in der Lage. So, ja, es hat auch aufgehört zu stürmen und zu schneien. Das ist eigentlich jetzt voll schön. Voll die Traumkulisse. Du meinst, hast du das eigentlich gut gekriegt? Ja, man sieht, so ein bisschen versucht, sie durchzukommen. Sieht echt schön aus. Aber ich bin vorhin zwei, dreimal durch den Schnee gestapft, also Gummistiefel reichen nicht. Also der Schnee fällt durch die, also wirklich in die Schuhe rein. Da sind wirklich richtig viele Stege fallen. Wenn bist du zu klein. Nein, wenn, dann sind die Schuhe zu klein. Ja. So, mal hier aufs Dach gucken. Sieht man ein bisschen. Ja, gut, so gut sieht man es nicht. Aber es ist schon ordentlich, Schnee runter. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Oh, schau mal, wie schön das heute ist. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Echt schick. Ja, was macht der liebe Gsaug denn da schon wieder? Ja, der war da, 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 da. Achso, okay. Sieht man, ne? Ihr habt es gehört, Leute. Okay, ich würde sagen, Dübel in die Decke. Kommst du gerade dran, oder? Ja, ich... Du bist zu klein. Mir fehlt ein Zentimeter. Da ist er ja wieder. Aber du willst uns nicht verraten, was du tust, oder? So? Achso? Komm mal ein, schon. Oder soll ich es geheim halten? Ja, heilt es geheim. Man sieht es wahrscheinlich auch gleich. Also, da kommen jetzt so zwei, so zwei Seile dran dran und dann kommt der Fernseher hin. Ah, wieso kommt der Dübel wieder raus? Äh, das weiß ich auch noch nicht. Aber es läuft zu groß gemacht. Nee, eigentlich ist der Dings kleiner als der Dübel, aber das Problem ist, dass da viele kleine Steinchen sind und die dann mit rausgehen. Aber das ist halt Sprengdübel. Ja. Das heißt, kommt der Dings da rein, wird der gesprengt und dann ist alles gut. Da wollen wir es hoffen. Ja. Es muss ein bisschen was aushalten. Ja. Der Dings ist wesentlich größer als der Dübel. Wir überprüfen das, ob das alles gut ist da hier. Also, sieht das gut aus? Sieht gut aus. Ist ja nicht der Erste, den wir da versetzen. Ja, den da haben wir auch. Also, wir ist gut, du. Allerdings haben wir da ein bisschen Spachtel noch drin. Stimmt. Das können wir hier natürlich auch noch machen. Macht schon mal Spaß, dir beim Arbeiten zu zu sehen. Schon, ne? Ja, doch. Sogar der Oskar guckt ganz gespannt zu. Boah, was denn diesen Schatten das Ding wirft. Was für ein Schatten, der wirft, wenn da die Schaukel dranhängt. Schaukel? Nein. Natürlich hängt dir da kein Plasma-Berner dran. Schaukel. Das darfst du dann ausprobieren. Ich glaube, ich habe es irgendwann schon mal erzählt. Ich war bei einer Freundin und da war eine Schaukel und da hat er geschaukelt das erste Mal und es hat ihm Spaß gemacht. Deswegen hängen wir. Ja genau, die haben wir sowieso auf dem Dachboden gehabt. Die ist von meiner Schwester noch. Einen Baum haben wir ja nicht. Einen Baum haben wir nicht in der Wohnung. Was? Ja, der Wohnung ist eh viel cooler als draußen. Komm auch bei Regen und bei Schneesturm. Was für Schatten, ey. Boah, sehr gut. Häng dich mal dran. Ja. Traust du dich nicht? Ich habe Angst, dass ich mir weh tue. Soll ich mich echt dranhängen? Eigentlich müsste man es mal machen, gell? Moment. Mit meinen kleinen Fingern. Ich kann mich so sehr nicht dran haben. Und hochziehen. Aua. Ich bin noch nicht so sportig, wie ich dachte. So, mein Arm wird lahm. Ich habe hier noch den Oskar auf dem Arm. Wir sehen uns, wenn die Schaukel hängt. Oh, Oskar. Schaukel. Oh. Oh. Ui. Oh. Oh, setz ihn mal rein. Was ich? Ja. Was? Ich soll mich da jetzt rein... Nein, wo ist denn Oskar einsetzen? Ach so. Trauen wir der Konstruktion? Ja. Das habt ihr auch nicht gebaut. Ja, setz ihn einfach rein. Wir machen ihn ja nicht wild. Nur ganz leicht. Ja, das ist sicher. Und durch. Und ab. Und ab. Celine, wenn du das siehst, das ist die Schaukel, von der ich dir erzählt habe. Yippie. Hui. Das macht Spaß, gell? Das ist toll. Wer hätte nicht gerne Schaukel im Wohnzimmer? Ich hatte eine Schaukel im Wohnzimmer, als ich klein war. Ich nicht. Nette? Genau, schreibt mal jeder in die Kommentare, der neidisch ist und auch gerne eine gehabt hätte. Also ganz ehrlich, ich hätte gerne jetzt auch eine Schaukel. Obwohl, ich bin nicht so der Schaukel. Du kannst ja da den Schaukelhängemattenstuhl da hinhängen. Du weißt schon, diesen Hängekorb. Ja, wo ist der eigentlich? Ähm, man kann es doch hochfahren. Juhu. Jaaaa. Yippie. Und du hast Angst, dass es nicht hält. Ich habe Angst, dass du dir wehtust. Es sollte besser halten. Sonst fällt unser Kind. Ja, du wiegst auch 10 mal so viel wie er. Juhu. Der wiegt 9 Kilo. Ich wieg keine 90 Kilo. Du bist gemein. Ich will was Süßes. Aberdingt. Jetzt und sofort. Jaaaa. So. Wir müssen irgendwas rausholen, was demnächst abläuft. Weil die Piste haben wir glaube ich schon eine Zeit lang. Cookies mit M&M's Geschmack. Was haben wir hier? Boah. Schokolade. Ohhhhh. Peanut Lover. Mike Knight. Ohhhhh. Was willst du haben? Na bitte schön. Dann haben wir hier. Cool 8. Ich will irgendwas Süßes. Na du nimmst wieder alles. Ist klar. Guck mal hier sind diese Ei. Oder sowas ebenso. Pop Tarts. Was ist das? Das sieht süß aus. Sauer. 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 Sauer wollte ich jetzt nicht. So. Oskar nein. Haha. Jetzt hat er das richtige Weg. Ist er. Was ist das hier? Ich hab das hier probier ich hier. Original Fruit Mike & Like. Das probier ich jetzt aus. Wo hast du da überhaupt so eine Kiste mit Süßigkeiten? Die hast du mir mal geschenkt. Aber das ist schon ein paar Jahre her glaube ich. Nicht ganz. Oder das hier? Das ist doch was kleines hier. Das sind so viele drin. Komm. Das und das machen wir jetzt auf. So. So. Ich hab jetzt diese Airheads aufgemacht. Riecht voll süß. Und sieht voll giftig aus. So müssen Süßigkeiten sein. Sie müssen einfach giftig aussehen. Und ähm. Ja. Das ist Wassermelonen. Du wirst es jetzt essen? Ne. Ne. Die ist jetzt mein. So. Pass auf. Ich probier jetzt hier mal was. Ja. 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 Schmeckt süß. Ich hab das Gefühl ich hab nur Zucker gegessen. Ja. Eine Süßigkeit. Achso ja stimmt. Ja. 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 Das wär jetzt was he. Hm. Mhm. Das ist gut. Lecker. Schön süß. so ja also mal gucken was da so drin ist ja also eigentlich ist da nicht viel drin außer zucker das ding wiegt 15,6 gramm ja und da sind es 11 gramm zucker drin ja also ja eigentlich wirklich fast nur zucker und das ding hat einfach mal 60 kalorien brutal 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 so was wir jetzt gegessen haben wir wassermelone hier ist jetzt ich glaube weintraube sollte es sein oder traube und dann haben wir hier noch eins davon und das ist erdbeere genau so jetzt machen wir irgendwas noch auf irgendwas aber leider so ich glaube die hier sind nicht schlecht da steht extrem fucking sauer sollte es wahrscheinlich heißen ja so sauer und dann süß ok bin sehr gespannt sieht ja echt sehr lustig aus ist ein bisserl schon abgelaufen 26 januar also nur paar tage jetzt und ja die sehen ja echt lustig halt bin mal gespannt so sehen die aus diese erinnern mich ein bisschen an diese sauren schnur senkel so sehen die ungefähr aus aber so wie hier sehen die jetzt nicht aus die sind schon sehr sauer aber ich habe schlimmeres erwartet so was haben wir hier drin ein bisschen komisch geschrieben ähm 12 stück sind ungefähr 30 gramm wir haben hier jetzt insgesamt 99 gramm irgendwo stand es doch vor allem wo stand es denn da steht es 99 gramm so und ähm für die 99 gramm sind 74 gramm zucker also ja fast komplett aus zucker und die ganze box ja die hat 360 kalorien ja das muss man sich mal rein vorstellen und das ist ja hier steht kids ja also ich würde jetzt mal sagen das ist eigentlich speziell eigentlich an kinder gerichtet so ein bisschen so und 360 gramm kalorien ja wenn das ein kind komplett auffrisst dann hat er so fast schon sein tagesmittag aufgedeckt damit ja also das ist schon ziemlich heftig hier ist auch so krass hier äh zucker hinzugefügt 148 prozent also über die 100 prozent hinaus noch hinzugefügt sehr schön aha aber immerhin kein fett ne das ist ja super dann schreiten die wahrscheinlich hier voll auch hin no fat haha schön ja mhm was ist sodium naja also krass ne kein fett sodium grad mal 4 prozent ähm oh das war's mhm und dann der rest zucker ne ich äh ja schön was da so alles drin ist toll 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 genau hier zucker invertzucker korn sirup äh ja und dann irgendein lauter komisches zeug ja es ist wirklich sehr sehr gesund aber so muss süßigkeiten einfach sein sodium ist natrium also wahrscheinlich salz ah ah ok wieder was kommt so jam ich bin schon gespannt auf das andere zeug am liebsten würde ich jetzt alles gerne probieren aber das lassen wir mal schön bleiben mhm ja vielleicht sollte ich mal dazu sagen was das hier eigentlich ist jemand anderes hat es vielleicht schon gesehen in einem anderen video oder kann es hier vielleicht auch erkennen was es ist und zwar ist das hier eine kennenlernbox so heißt es einfach und da steht auch Schokolade ist Gottes Entschuldigung für Brokkoli hier finde ich gut ähm genau und hier sind so verschiedene amerikanische Süßigkeiten drin die es wirklich in Amerika so gibt und die man hier in Deutschland eigentlich so gut wie gar nicht findet und ja hm hm nicht schlecht also ist ja so ich liebe ja eigentlich Süßigkeiten ja wenn mal keine Süßigkeiten also die wenigsten mögen nicht Süßigkeiten und für mich ist es ein bisschen so ich bin ein Mensch der eher selten Süßigkeiten isst aber wenn dann so richtig und ähm oftmals ist es so dass ich oft enttäuscht bin weil inzwischen ja zum Beispiel in Deutschland oft äh so Süßigkeiten oft mit Vollkornlern sind oder ähm irgendwie extrem drauf geachtet wird dass das halt einfach gesund ist ja oder irgendwie so halbwegs gesund und das finde ich eigentlich recht interessant weil wenn ich was Süßes esse dann ist mir ja eigentlich bewusst dass ich nichts Gesundes esse so ungefähr ja also wenn ich was Süßes esse will ich was Süßes essen ähm leider zum Beispiel auch bei Cornflakes ist es oft so inzwischen also diese ganzen Fruity Loops Simi Minis oder Simti Minis oder wie die alle hießen ja die waren alle mal so lecker und inzwischen sind die alle mit Vollkorn und und kein Zucker oder wenig Zucker und ist ja eigentlich gut ja so ist es nicht aber man vermisst so ein bisschen das wie man es halt von früher kennt und in Amerika ist das halt noch so wie früher mhm extrem süß extrem ungesund aber scheiß drauf oder mhm 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 so die anderen Sachen machen wir dann in anderen Videos auf gleich im nächsten Video mal gucken mhm genau bis dann auch in mir